Hi, ich bin Luca und heute geht es mitten im Dschungel. Wir sind auf der Hauptinsel Mahie, auf den Seychellen. Kommt doch gerne mit. Als erstes ging es los vom Hotel, dann ab zum Bus und dann waren wir auch schon mittendrin. So, jetzt geht es ab. Wir haben hier ein super Wanderoutfit drin. Aber wie die Deutschen waren hier, sind die Busse dort auch super pünktlich. Das heißt, nach dem ersten Umstieg kamen wir nicht weiter. Wenn ich hielt irgendein Pickup-Fahrer an, war so, ja, wollt ihr mit? Dann sind wir aufgesprungen, wurden dann vom Pickup ein bisschen zu dem Weg hingefahren und dann ging es auch los. So, das war so unser Starting Point mitten im Nirgendwo. Dann hieß das erst mal mit einer ganz entspannten Wanderung da hoch. Hier sieht man auch, ja, wir sind gefühlt mitten im Nirgendwo. Könnte auch ein Affe uns anhübschen. Dann langsam wurde dann alles ein bisschen dichter, konnte man dann auch so die Sträucher und so die großen Palmenblätter und alles wegschieben. Wenn man super Glück hatte, waren es dann auch Spinnennetze. Aber die Aussicht war wenigstens immer mega, das muss wirklich sein. Ja, ich habe es gesagt,